Liebe Mitarbeiter, ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass es diesen Winter bei mir im Betrieb ein bisschen kälter wird. Also bringt euch bitte alle dicke Pullis mit. Decken habe ich schon besorgt. Aber Chef, du musst schon dafür sorgen, dass wir hier auf der Arbeit nicht alle frieren. Doch, das darf ich. Seit dem 1.9. geht die Ensikumaf. Ensikumaf? Was ist das denn? Das hat die Bundesregierung sich ausgedacht. Das ist die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen. Ach so, ja, die kenne ich natürlich auch. Aber nach der Verordnung musst du auch für mindestens 19 Grad Raumtemperatur sorgen. Toll, so kluge Mitarbeiter zu haben, wo du das immer nur alles her hast.